Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt nicht, Oma kommt gleich vorbei. Och, Manu! Hallo, ihr Lieben! Ich hab selbst gebackene Kekse dabei! Oma! Hallo, Mutti! Hallo, Schätzchen! Mh, lecker! Erst Hausaufgaben machen, vielleicht kriegt ihr später einen Keks. Wer von euch hat die Kekse gegessen? Wir waren das nicht! Sind das die Kekse von Oma Elsa? Ja, aber es sind meine. Oh, ich hab so Bauchschmerzen. Ich auch. Und ich auch. Ich kann mir genau denken, woher das kommt. Habt ihr die Kekse gegessen? Nein, ich war es nicht! Ich war es auch nicht! Komisch. Wer war es denn dann? Hast du das gehört? Das kam aus der Küche. Wie hat alle Kekse gegessen? Im Schlaf? Ja, sie ist eine Schlafwandlerin. Ich bin schlafen. Vielen Dank.